hey was hast du für ein problem alter es geht bei mir ab hat oder wie hast du selber schuld na toll das war's dankeschön vielen dank was wollt ihr denn jetzt hier weg da ups wie ein gardium leviosa und noch mal und noch mal hier ist was los ok ok gut pass auf herzlich willkommen meine damen und herren ich bin heute ihr zauberer und ich zeige ihnen einen trick den sie nie vergessen werden passen sie genau auf zählen sie bis drei 12 bitte achten sie auf den lkw zu ihrer linken zählen sie bis drei 12 hat die der trick gefallen dankeschön dankeschön hey sommer sommer das lasse ich nicht auf mir sitzen hey ihr werdet jetzt meinen zauern zu spüren bekommen was willst du hä aua was war das weg mit euch weg mit dir halten sie okay hey 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 so sie halten meine fresse so mir ist das hier ein bisschen zu viel warte mal bitte was geht ab was geht ab heute volles chaos oh das auto sieht aber noch gut aus schade spürt meine macht was wollt ihr denn mit eurem silly police car guckt mal jetzt ist es weg und ihr seid auch weg halt bitte bitte warten sie das geht auch kann ich dir helfen kann ich dir irgendwie helfen ja ja wie viel munition hast du denn wo es alle ist alle ok spricht zu der hand sprechen sie auch zu der hand und sprechen sie mit ihrem doktor weg mit dir oh was ist denn da hinten los hey du hast jetzt mal seine pause wait for it und es ist kaputt gegangen das auto wieso ist bloß ein auto kaputt gegangen hier flog gerade alles durch die gegend was ist denn das hier für ein chaos alter ey jetzt ist mal ruhig zählerwisch und weg in drei zwei eins sieht so nice aus wo schießt du denn hin wo willst du denn hin ich habe das alle noch nicht verstanden sag mal diese mülltonne diese mülltonne hat die nichts besseres zu tun jetzt steht die immer noch da geh weg alter alles wird weggespringt aber die mülltonne bleibt da die ist ganz schön hartnäckig also autos fliegen rum wie was wollt ihr denn da ups ja das hätte ich dir auch vorher sagen können vielleicht solltest du auf eine vielbesfahrende straße achten weg hier außen was war das denn für ein move leg dich nicht mit mir an einfach im chor sag mal wie viele leute sind hier denn oh ich werde verfolgt hallo jungs oh 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 nicht gut ja okay ja was geht denn bei euch ab hey alles cool alles cool ich bin friedlich was ist denn los hey warum hat mich eigentlich keiner lieb wahnsinn jetzt kommen die alle hier her was wollt ihr denn hallo hier ist strand hier wird nicht geschossen was habt ihr denn für probleme wieso sind jetzt bloß zwei leute weg hey gehen sie weg gehen sie weg gehen sie weg gehen sie weg das ist jetzt mein auto ich beschlagnabe dieses auto wie war das nochmal ich konnte mit mit er konnte ich irgendwie nee das war der falsche knopf was habe ich denn jetzt für zuckungen lasst mich durch ich habe eine mission und ich werde niemals aufgeben was oh was was habe ich denn jetzt gemacht was zum teufel hallo hallo hier unten alter was werfe ich denn hier rum hier fliegen überall leute warte mal warte mal hallo hier unten aha wie geil ist das hä yo immer weiter sie müssen in die richtung folgen sie mir folgen sie mir sie müssen in die richtung das sind die aufwärmübungen ja mir geht es gut mir geht es gut so weit was oh oh was was ist denn jetzt los hä was mache ich denn jetzt was zum was geht hier ab alter was tue ich was tue ich gerade hä hä was alter was geht ab yo ich habe irgendein ich habe ein schwarzes loch erschaffen oder sowas huch jetzt sind die weg was geht was warte was passiert wenn ich da jetzt einsteige geht das überhaupt hä die sammeln sich immer wieder bei mir wie geil ist das denn wie nice alter was ey das ist so ein kranker Scheiß was zum Teufel okay das muss ich nochmal probieren C ne hü tschüss also X ist klar äh was zum Teufel warum hä seid ihr seid ihr mineralwasser wieso wieso steigt ihr alle auf wie hey ich mache vor allem ich drücke nichts ich drücke nichts was geht hier ab man boah okay erstmal erstmal sauber machen hier das stört mich gerade air to release ach so willkommen zurück da lang ihr müsst in die Richtung äh ich würde mir das zweimal überlegen ne weil schon dass ich hier die krassen Überskills habe ne somit kann ich den ah und jetzt kann ich die hin und her dirigieren ah ich verstehe hui tschüss und tschüss und jetzt kann ich die wieder loslassen und wow was ne Landung da bin ich ja mal beeindruckt tschüss are you out of your goddamn mind wow was hab ich denn alter was hab ich denn jetzt gemacht ja als ob als ob ich gerade alles kontrolliere ja natürlich guckt euch das an da oben scheiße scheiße ist das geil und jetzt fällt alles runter au 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 oh 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 ja heilige Scheiße okay nochmal ne was hab ich gerade gedrückt hä warte 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 eh hab ich doch gedrückt oder ne wow 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 sag mal ich bin hier mitten in der Kunstvorstellung Hure weg mit dir alter du bist ja ganz schön hartnäckig oh als ob als ob oh oh und das kommt jetzt alles runter und das kommt jetzt alles runter tue 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 Bis zum nächsten Mal.